Thomas Becker International Tennis Academy, das steht natürlich für Weltklasse Tennis. Das genau erwarte ich von euch. Aber Hochheim steht nicht nur für Weltklasse Tennis. Wer die Kunst versteht, einen wirklich tollen Wein zu kreieren, der darf sich natürlich als Künstler bezeichnen. Und wir werden dort in Hochheim nach getaner Arbeit quasi, nach einem erfolgreichen Training und einem erfolgreichen LK-Turnier, dann das Weingut Künstler besuchen und dort gemeinsam bei einem edlen Tropfen unseren Tennis-Tag abrunden.